dieser Fledermaus geilen Folge die 15 Minuten ich so, Timer gestartet ja, zweimal den Timer gestartet, glaube ich. Junge, ich starte jetzt nicht. Gut. Jan hat übrigens einen neuen Skin, Simon, dass du das auch zeigen? Ja, links, Jan. Jan hat jetzt einen links Skin. Jan zieht mal kurz aus wie uns. sehr muskulös. Oh, sexy. Und ich wache mir mal auf die Suche nach. Jan! Jan, was möchtest du an unsere Bude? Bude. Bude! Bude des Todes! Ich wollte eigentlich da an eine Sache ran. Achso. Jetzt habe ich aber was vergessen und deshalb muss ich nochmal zurück. Ich gehe mal nach, äh, auf die Suche nach Hühnern. Hast du gerade eben schon gesagt. Und gehe hier in diesen Glückswald, weil hier ganz viele Tiere sind wie Schweine. Haben wir schon Schweine? Oh, ja. Ja, wir haben alles außer, glaube ich. Hühner und Pferde, genau. Scheiße. Warum, bitteschön, bin ich jetzt vergiftet? Weil du hässlich bist. Hexe? Nee, da ist keine. Falsches gegessen? Melonen. Gammelig? Kennst du nicht die neuen gammeligen Melonen? Ja, die gibt's jetzt auch, Jan. Ja, die wurden auch hinzugefügt. Achso. Ja. Ich finde das verfickte Haus schon wieder nicht. Hey! Da sind wir ja jetzt schon zu zweit. Ich will das auch immer nicht. Tim muss einfach nie merken. Hä? Und ich suche nach Hühnern. Tim, geh mal zu denen, auf die Bergseite. Ich glaube, den Rest haben wir nämlich schon abgegrast. Da habe ich schon abgegrast? Bei der Bergseite? Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Explodieren gut 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 Loll ein Tübel läuft einfach weg 0 ich hab' ich gar keine Sachen unter die Fähigkeit unser Haus ist einfach nicht mehr aus der Ex-Künfte an der Tür alle Jahren Jan Halle Schweine nein wenn ich mitnehmen ja, kannst du machen ich hab aber nicht, womit ich die locken kann warum fragst du dann, ob wir Schweine haben? darf ich das nicht? ne das ist verboten Jan, bist du bei uns zu Hause? hier ist Schicken, hier ein Schicken nimm mit ich hab aber nichts um die dann Farm einfach oder... wir haben wosamer Koordinaten an die Teilen, die gemeinsam vergisst es ich hab's jetzt, ich hab's jetzt da ist ein Tommel! ja schon, lass uns sowieso ein paar Hühnchen abgibst ja ja was haben wir Simon gegeben? Hasen, ne? ein Hasen, ich kann nicht ein Hühnchen geben nein, eigentlich zwei Hasen ein Hasen? ja, eigentlich zwei Hasen, du hast einen umgebracht, also... Tim, wir geben euch welche ab ja aber halt erst, wenn wir die vermehrt haben, ne? ja, genau wo sind die Hühner hin? oder sie alle tun? nicht auf mich gehen? nein, das ist unhöflich hallo! hallo Jan! und vor allem, ich finde, da können sich nicht selbst umbringen Jan, bist du zu Hause? nicht ganz, nein also ja, momentan noch die Hasen, die springen auch nur so weit rum... aber nicht mehr weißt du, ziehst du vielleicht die Koordinaten von unserem Haus? ja, 400 und 200 ja, das ist das, was mich hier... oh... nein, hier kommt Creeper weg, verpiss dich! wo habe ich denn meine ganzen Sachen hingelegt? ach ja, hier... oh, ja... ich bin mal wieder echt produktiv... äh, produktiv heute... Och, ey, da versucht wieder einer zu trollen, ne? Ach, man sieht übrigens deine Rüstung... Mann, ich bin fast so, lass es doch, Räuber! Ja, Jan, warum benutzt du unser Enchantment-Table? ohne zu fragen? Tim hat mir das erlaubt! Tim, hast du ihm das erlaubt? Wann soll ich ihm das erlaubt haben? Hä? Wann habe ich das erlaubt? Ähm, dafür kriegen wir Hühnchen! Ja, ist echt so! Hundertprozentig! Ey, dann darf ich den aber auch noch benutzen! Nein! Äh, ich hol die, ne? Das ist meine Kiste, ne? Nö! Steck dein Schild dran! Da ist kein Schild! Du bist ausgezogen, Jan! Da war nichts mehr drinne! Ich will die Kiste wieder! Oh, hallo, Paul! Wir sind gerade in der Aufnahme! Oh, das ist schön! Hallo, Paul! Hallo! Wir spielen Minecraft! Ich bin unsichtbar und trolle Jan! Auch vorhin mit der Potion, ne? Adventurecraft! Ich weiß! Adventurecraft! Heute! Darf ich Schleichwerbung machen? Für? Ja! Ja! Ich weiß nicht! Äh, für Lorenz's Snack World! Naturals! Feingesalzen leicht! 30% weniger Fett! Ey, Tim! Absolut! Ich möchte all meine Sachen wieder! Ja, wir sind die alle noch hier! Ich hab nix eingesammelt! Und dann... Und dann... Und dann hätt ich gerne... meine... äh... 30 EP wieder! Okay, es sind nur noch... 23... äh... 28! Stimmt! Tim hätte 30 Level! Ne, ich muss den leider selber fahren, Jan! Leider auch nix für! Ich hatte gerade eben noch vier Hühner! Tim! Frieden! Mit ihm! Er will uns jetzt töten, weil wir ihn gereizt haben! Nein! Tim, warum tötest du ihn auch? Na, hä, ich dachte einen Schuss! Jan, da liegen noch deine Strings! Ja! Jan, du bist gestorben! Ja! Ja, aus unerklärlichem Grund namens, Tim! Ja, Jan, wir schauen! Das ist auch ein unerklärlicher Grund! Mann hätte ich überhaupt nicht übertrieben laut, aber... Hey Jan, hör auf mich zu töten, Mann! Einmal darf ich dich töten! Nein! Nein, nein, nein! Warum läufst du zu der Tür raus, wo ich's laufe? Wie spielst du Team Fortress? Hallo Jan, hörst du jetzt mal auf? Ja, tust du das? Okay! Kann man als Freund das nicht auch zusammenspielen dann? Ich verlieg' irgendwie! Kann man! Ja! Komm, ich! Ja! Hallo! Wir können es denn der Gegner noch spielen! Ist ja nice, wie der Fall da jetzt drin steckt! Warte, bleib' mal stehen! Du kannst dir nicht schlippen! Dreck die Šiik Scheiße! Alter, ich steck dir meine Schulter! In meiner unsichtbaren Schulter! Nein, nein, scheiß geletzt! Äh, wo geht der Zombie hin? Ist nicht verirrt! ich habe jetzt schon wer hat sich veröhrt so Tim jetzt vermehren mal dieses da dieses Viehzeug Jan ist unsichtbar Achtung er hat gern einen unsichtbar Potion der hat sich gerade getrunken das Skelett hat ein Hühnchen getötet er hat gerade eine Unsichtbarkeitspotion getötet er hat nur noch ein Hühnchen Jan ich seh deine Artikel Jan dann äh aber gut um zu werden dann benutzt es alles der Gleicht er ist immer dann benutzt er als Eierlegke Quelle in der Mauer der Zolle sich stecken Weltbord hat aber toll muss aufpassen mit dies vor nach zehn Sekunden ich bin jetzt meine die dies von der einen weniger Zeit ist das war es Ja, der Pfeil. Wenn nicht, ich weiß nicht, ob wir den Schöpern auch... Hä, Simon, wie habt ihr eigentlich eure Flaggen gemacht? Doch, natürlich, dies wohnt der. Guck, der ist doch schon wieder weg. Das Farbe. Tom, schau dir an doch. Der ist doch schon wieder weg. Ja, hab ich gesehen. Scheiße, ein Creeper, ein Creeper, ein Creeper. Hä, Simon, du hast da doch irgendein Zeichen drin, oder? Naja. Warte, ich komm kurz. Hier ist ein Creeper kurz. Hallo, du Hühner. Hier sind Weizen, die glallen euch an. Ja, ein Hühnchen, die... Hallo? Galt ich das nicht mehr an, oder was? So, damit ich diese Folge in Höhe, wenn ich etwas mache, werde ich mal ein bisschen... äh, die Karotten. Gott, ich hab jetzt wieder alle angegalt. So. Komm, wir haben drei angegalten Hühner nach Hause, ne? Drei angegalten Hühner? Wer hast du das denn angestellt? Ja, die gleich dich angehen. Ich hab's weg. Achso, okay. Da kann ich natürlich nicht mithalten, also. Man sieht da unseren wunderschönen Eingang schon, und da kommt ein Zombie. Oh nein, da kommt ein Zombie, ich würde aufpassen. Achso, wir haben noch zwei Dears? Cool. Was, wir haben noch zwei Stück? Es regnet. Ja. Zwei Dears. Hey! Warum? Was ist denn, Simon? Die kleinen Scheißhühner wollen wir nicht mehr folgen. Also, die Hühner sind jetzt wirklich nicht scheiße, Simon. Ne, Simon, also, das gefällt mir jetzt gar nicht dieser Umwürfe. Das ist jetzt echt das, das Hühner. Boah, der Regen nervt ja echt, ne? Mal wieder. So. Oh, ich hab grad'n Hühner getötet. Ich hab' einen, einen, einen Kantana gefunden. Ach, nur einen Kantana gefunden. Ich hab' einen Hühner getötet. Ich hab' keinen Huhn getötet. Ja, warum tötest du das Huhn, Simon? Ich hab's außerdem geschlagen. Ja, Simon, warum tötest du das denn auch? Mit'n Schwert, ne? Nein, mit'nem Samen. Mit'nem Samen, und dann stirbt es. Es tötet natürlich. Ja, ein Samen ist ja lebensgefährlich. Hä? Äh, und soviel ab ist lasst du, den haben wir auch gar nicht mehr. Ne, Paul? Sehr geehrte Paul. Medik, gar nicht voll witzig. Die Mini, Medi oder Minigern? Medik. Die, da kriegt man, hat man irgendwie so, so Ding. Meinst du die, die sich spriten schießt oder die, die auch geht? Ja, die sich spriten schießt. Nein, 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 nein. Das kommt mir zu blöd. Bringt ihr irgendwie mehr als andere? Wie? Äh, hat die irgendeine besondere Eigenschaft? Nö, die macht Schaden. Ich geh mal die Viechers vermehren. Die Viechers vermehren? Ja, die Hasen. Mit Viechers mein ich immer Hasen. So. Oh ja, wir sehen unser... Oh, da sind die Schneegolem im Einsatz. Schneegolem im Einsatz. Da, 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 da. Dann noch mal zu Simon und Pro KG. Achtung, ich komme. Ich bin freundlich gesinnt. Vielleicht. Jan, ist unser Kaninchen denn noch da oben? Ja. Jan ist das Kaninchen, oder? Oh, das legt mir drin. Du kriegst jetzt garantiert schon 2.000 Euro pro Monat, nur weil ihr diese Lorentz Werbung da reingemacht habt. Dich nicht. Ja? Ja, du warte, Paul, es noch mal ein, damit die ja noch schön nicht knacken. Mit 2.000 Euro, Paul, das geschätzt sich aber leicht. Ja, das ist jetzt 2.000.000 Euro. Einmal zu 8.000 Euro. Ah, ha, 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 ha. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen. Wenn ihr in Lorenz... Ja, das ist ja... Hey, Siehmann, wie geht die Bahn auch, man, ich weiß es nicht. Warte, ich kann dir so ein machen, wenn du willst. Ne, ich glaube, ich weiß nur, wie der geht. Ja. Hoffentlich mal. Wo ist jetzt 2.000 hinchen? Hä? Ich verarschen. Nein, scheiß Hase. Ey, der Hase ist auch nicht scheiße. Wo ist das Hütchen hin? Du bist total brutal. Ich meine, würde ich das Huhn nicht. So, dann habe ich jetzt diese produktive Sache gemacht. Das kann man auch wieder unproduktiv sein. Was hast denn du gemacht? Feldvergrößert. Nein, einmal alles abgerissen wie Weizen. Ich will so eine hässliche Pfote von diesen Viechern da. Damit du höher springen kannst. Nee, damit ich niedriger springen kann. Ach so. Nee, Spaß. Aha, jetzt verschlech ich die Hasenpfote. Ich möchte auch schon immer niedriger springen. Ich habe schon ein erstes Film. Of No Jumping. Potion of No Jumping. Oh man, Gasträne ist total unnötig. Warum? Regeneration. Ja, aber das ist nix gegen Instant Health. Instant Health ist viel besser. Wie kann man Banner eigentlich so unterschiedlich machen mit dem Vieh-Eck und so? Ja, das suche ich jetzt. So durchgeteilt. Hä? Der Typ ist auch echt so nicht dumm. Oder sieht das jetzt bei mir nur durch das Texture-Pack so anders aus? Nee, absolut nicht. Die Frage müssen wir noch beantworten, Simon. Wie macht man das? Äh, mit ganz viel Swag. Okay, gut. Boah, der Hasen sitzt einfach hier drauf. Komm mit, Kase. Geh weg da. Wo ist das Kaninchen hin? Ja, ich weiß. Wenn ich das jetzt hier so mische. Also, hier ist das Kaninchen. Die 15 Minuten sind um, ne? Hier ist ein Huhn. Wo ist das zweite Huhn hin, bitte schön? Wie geht das denn? Hallo Schneemänner. Ich fette, das geht irgendwie so. Soll ich euch eins machen zum Schluss der Folge? Ja. Wie? Ich würde einfach sagen, wie das geht. Es geht ganz easy. Was ist passiert? Ich mache euch ein pinkes, ne? Ich will echt wissen, wie es geht. Ne, wir beenden erst mal die Folge hier. Was ist denn dein Ernst? Och Mann. Okay. Dann beende ich jetzt hier die Folge. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Thomas, hast du mich gerade vergiftet? Zwei. Äh, Simon, ich werfe die ganze Zeit die Schneebelle hoch. Sollte ich das vielleicht besser ausmachen, wann ihr die Folge beendet und nicht einfach weiterlabern, wenn die Folge eigentlich zu Ende ist. Ja. Tschüss. So, tschüss. 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 Ja, tschüss.